hallo und herzlich willkommen liebe freunde zurück bei ww2k16 ja und mit dabei ist wieder mein gegner ganz unten und tief im loch der onkel hallo einen wunderschönen guten tag ja hallo und bist du bereit heute onkel ich wieder gewinnen ich bin mir herzlich bereit also langsam könnte ich mal wieder gewinnen liebe freunde treibt nichts auf die spitze werde die wieder verhauen nein ich würde sagen drücken wir vier oder schon die ganze zeit was oh wen habe ich denn da den hast du gehabt den habe ich nicht gehabt leider habe ich auch schon gehabt wie geht habe ich nicht habe ich nicht den habe ich ja den habe ich auch naja jetzt werde ich wahrscheinlich mal verlieren ich denke also jetzt glaube ich werde ich verlieren ja bist du soweit du hast schon mit schlimmeren gegen bessere gewonnen naja ich weiß nicht schauen wir mal ja ich bin soweit wie sieht es bei dir aus ich muss immer noch aufschreiben ich habe gesagt ich bin fertig okay also dann 3 2 1 zeigen ja gut das wird natürlich auch wieder ein gleiches match er hat ja noch weniger punkt michael und breit hat dinge was was hat der das ist so das war damals ein shooting star na ich bin gespannt da hat ständig da war ja sogar champion weil da irgendwie da halt die haben die da war guter westler also das ist guter westler sind versandeter war komisch da war das glück handlung der trugel der war damals der christian von unserem von unserer heutigen zeitliste ach so naja also von unserer ich weiß wie es mein ist weil du ja mit christian stammt bist ich seh schon ich drück dich sogar also er hat schon ein bisschen power zu werden argo in der tippe 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 ja beim ersten mal gewinne ich immer das ist wohl immer so oh scheiße jetzt hast du aber schnell den knopf gekriegt ok das war sogar ein ganzer move ist vorbei oder hast du gedacht hast du gedacht bing bong bong der mike ist am start liebe leute der mike ist da es geht los oh scheiße oh kacke und er feiert schon er feiert sich schon und er geht wieder in die luft ja schönes geriffel so jetzt gucke ich mal was der so für moves kann oh er kommt aber direkt raus der ongel ist ein ganz schlimmer merkt ihr das ich bin vom liegen stehe ich direkt und gibt dir eine das kann aber nur ich ja so gefällt mir das ach so mein kleiner onkel ist gerade in bedrohe das heißt ich musste ein bisschen oh ja bisschen schmerzen zufügen dann machen wir das mal schauen wir mal oh oh geile moves echt nette sachen was er drauf hat der junge nein ja schauen wir mal oh oh ich bin draußen liebe leute war draußen oh das tut weh das sieht schmerzhaft aus auch okay muss das mal kurz raus hier ach komm doch mal auf nehmt noch draußen jubeln was denn ich feier doch ich feier doch was willst du boah was halt ha 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 willst du da feiern und dass du rausgegangen bist ja 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 klar komm mal ich hab dir in die Richtung das war jetzt geil okay geht raus ich versuche diese facken er fällt runter ja komm ich komm ich lass dich auch rein komm ich bin fairer mensch komm rein sehr schön okay oh ich hab gar nichts gemacht warum bin ich in deinen fuß gerannt das war jetzt wieder mal so eine sache die verstehe ich jetzt nicht so aber das wird wahrscheinlich schon okay sein das war jetzt ich hab mich kaputt gelacht wärst du jetzt nicht mehr rausgekommen hätte ich ein bisschen gelacht oh das gibt es doch nicht und ja der übelste Blocker war es gerade oh hörst du jetzt auf jetzt hab ich dich endlich mal da wo du mich immer hast ich kann nichts machen ich hab keine Power boah das sind die unsere 83 85% Gesamtpunkte Leute die haben immer wenig diese komische Block Power und so und da kann der Onkel natürlich jetzt ordentlich Schmerzen verursachen bei mir und ich kann mich nicht wehren und das geht weiter scheiße mann der kommt aber auch bei jedem scheiß raus das ist kacke man kann da nichts machen ja also geht's für die ganze Zeit das ist dein S oder heute ist Axel mhm der dreht mich die ganze Zeit um ja jetzt kommt er doch wieder das gibt es doch nicht boah schönes Ding mein Finisher hat doch wieder gekommnet mhm Gott sei Dank hab ich keinen Finisher klar klar bestimmt ein Ringegg oder so ein Scheiß so ich weiß ja nicht was der Mikey früher für so einen Moves gemacht hat auf jeden Fall ich konnte jetzt nichts machen grad musst du gucken ich konnte nichts machen das war zum kotzen lalalalalalalala ach ich hatte vielleicht keine Energie dafür könnte auch sein dass es deswegen war was denn jetzt oh wie geil oh wie geil mein Finisher das ist kein Finisher das war nicht dein Finisher du hast den abgebrochen ach wieso das denn bricht der den Finisher ab bist du total beschwert oder was dann muss ich dich nochmal ganz kurz hinlegen so jetzt nochmal das war jetzt keine Absicht meine lieben Freunde ich wollte den Finisher nicht abbrechen ich hab gar nichts gedrückt eigentlich oah das ist ja ein RKO oder sowas RKO und kam an 1 das stimmt 1 2 oh er kommt raus oh du bist ja noch fit ah spannend aber er hat meinen Stunner äh meinen Stunner ertragen warum bin ich denn noch fit bevor ich raus kann ja von deiner Lebenssynergie mein ich jetzt her oh scheiße Scheiße Dreck und er zappelt wieder ich habe keine ahnung was meiner da macht aber ich finde es gerade irgendwie cool ich wollte eigentlich drauf schön hätte ich sogar noch pinnen können aber und 1 er kommt raus und ein jetzt hätte ich mich fast selbst zerstört was machst du denn er haut in die verkehrte richtung und trifft mich na das ist natürlich wieder hier special wing deluxe hier geil ich konnte nichts machen ey oh man ich wollte doch so ein geiles schönes cover machen er macht ein re-cover ich weiß nicht warum du gerade sagst du machst deine energie voll richtig spannend er wechsel ich wechsel er wechsel ich wechsel geil ich geil und er kommt wieder auf er kommt wieder auf kann ich mein finisher durchsetzen kann ich da kann ich nicht nein er hat mich gekontert nein scheiße kacke hör doch mal auf wie du jubel ich muss mein ding aufladen sonst kannst du mich nicht aufladen ne das ist aber doch scheiße das kannst du mal anmachen ja das mach ich ab und an mal aber du bist nur am jubel ja 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 aber es geht aber sowieso manchmal es geht aber sowieso mit der zeit nach hinten los dann wird's dir abgezogen wenn du das zu oft machst geil guck mal was der macht ey hat aber ein bisschen was abgeguckt von dem wie heißt der remiss terry junior ne er hat auch so einen geilen move gemacht was war das denn eigentlich ja ich äh ne wollte ich so hochheben genau oh mein freund ja gott sei dank nein wieso scheiße dreckige kacke oh 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 du machst aber auch harte moves der kleine junge hier er covert ja schon das war mein finisher mein finisher ach so das war mein finisher dein finisher krass 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 wir geben uns hier die finisher's ey so mikey jetzt zeig mir was du kannst bitte oh ich krieg hier echt die hucke voll naja wie gut dass es rauskommt wenn du die hucke voll kriegst oh oh ich ich finde das immer so ulkig ey ach ne komm jetzt oh 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 keine ahnung ich hab keine ahnung mein krass ich find das so geil ich find das einfach geil oh bitte 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 ja nein du bist ach man das gibt's doch gar nicht dass da bei jedem scheiß es rauskommt jetzt fängt das schon wieder an mich zu nerven hier aber ich kann das auch siehste hehehe ich hab dir deinen gleich wieder geklaut da komm mal her mein kleiner ah ja jetzt aber oder komm bitte weh der kommt wieder raus ey ja schönes gerät schönes gerät so meine lieben freunde der finisher der dritte ich hoffe der klappt und ich hoffe dass du mal ko bist ey ich hab dir schon zwei stück verpasst ja da ist er und jetzt das cover er ist rot und los und der onkel ist er weg ist er weg eins zwei ja nein nein das gibt's doch gar nicht selbst mein Typ regt sich auf oh onkel ey hast du wieder hier die Zauberhände oder ach jetzt kommt er wieder raus nein ach du wichser ich aber auch ich aber auch ich aber auch ja nein ich spreche die Idee mit zappeln hast du wie nen Fisch scheiße Leute was hab ich gemacht ja komm aber auch raus ach ist das kacke oh ach so du hast keinen Move mehr oder was ok komm hoch mit dem alten Sack und Move ja oh schönes Ding hm 99,3 das bedeutet dass ich jetzt erstmal wieder dich äh essen muss ja ich hoffe es klappt bitte 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 kein Konter ja nochmal ich bin jetzt schon wieder ne alles gut ich hab schon gedacht am geilsten war immer noch bei Wick Flair wo du auf einmal wo wir gespielt haben und wir waren gar nicht mehr gegeneinander hehehe so der dritte der vierte Finisher wenn du da rauskommst fall ich vom Glauben habe oh man der vierte Finisher oh man los gehts los gehts 1 ei und ja ich glaub das nicht das gibt's nicht ich muss doch mal wieder gewinnen Rewander das geht doch so nicht der Onkel verarscht mich der Onkel verarscht mich liebe Leute der Onkel verarscht mich oh das gibt's doch gar nicht oh oh das ist unglaublich ist das oh das ist wirklich unglaublich man ja ich kann believe it ich kann das auch nicht glauben ich kann das nicht glauben ich kann das nicht glauben ah scheiße jetzt 1 2 ja 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 ist das geil ist das geil so ganz klein Millimeter oh nein 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 du fett sag nein hehehe oh ich kann nicht mehr das ist vier mal und das und das und der Onkel steht immer noch Oh, okay. Fuckig! Nein, 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 ich hab noch gedrückt, ich hab noch gedrückt. Was? Oh, ich wollte eigentlich dann so weg und dann lässt er sich fallen. Oh, du Idiot, du Idiot, du Idiot. Das gibt's doch nicht. Komm, du kommst doch selber überall raus. Scheiße. Oh, excellent move, ja. Super. Klasse. Bin total happy. Eigentlich haben wir ja gar keine Lebensenergie mehr. Wir haben uns gegenseitig getötet. Das ist Wahnsinn, ist das. Aber irgendwie will das alles nicht so. Oh, man. Wahnsinnsmatch, muss ich ja sagen. Ja! 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 Nein, ich bin wieder. Ja! Oh, der hat wieder getroffen. Ey, ich kann nicht mehr, okay, du musst jetzt mal irgendwann mal sterben, ohne Witz. Oh, ich sterben. Ja! 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 es gibt es doch nicht es ist ja nur ein das ist ja nur ein das ist ja das ist ja 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 ich sehe dich doch du bist so tief und aber das war ein knallhartes match das war richtig geil man hat die ganze zeit gedacht ich gehe drauf dann das letzte mal ich hatte wirklich der letzte mini zippel und ich habe es noch geschafft der onkel ist aus fünf mal muss ich den finischen jedes mal ist er rausgekommen das war der wahnsinn ohne witz das war wirklich der hammer da muss ich erst mal verdauen das match das muss ich verdauen ja onkel möchtest du noch irgendwas sagen bevor ich beende ne ne der august ganz ruhig gleich explodiert der wenn die aufnahme aus ist da hörst du so wieder sei quatsch du hörst mir hier wieder du spinnst du das warte jedes mal wenn er verliert das ist ein latschkopf ne quatsch er nimmt das ganz gelassen er geht am schrottplatz haut autos kaputt und danach geht es wieder ne quatsch war auf jeden fall ein geiles match guter gegner onkel hat mir richtig gefallen schaut doch mal auf onkelgamerchecklp vorbei gibt den daumen nach oben schaut seine videos bei mir auch rewanolp und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal euer rewano tschau 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 Vielen Dank.